Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 17. oder besser gesagt 20. November 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1368. Heute mit den folgenden Themen. Oppo, Microsoft, RCS, News, Ex, EU und Apple Music Classical. Ja, ich bin wieder da. Und die neuesten Neuigkeiten auch. Oder die von in der letzten Woche zumindest. Übers Wochenende war es ruhig, aber da die Donnerstag und Freitag-Episode ausgefallen sind, habe ich noch das eine oder andere Thema. Es wurde jetzt offiziell bestätigt, dass Oppo Reno 11 Smartphone, also das Line-Up mit den ganzen Smartphones, wird am 23. November offiziell vorgestellt. Wieder mal in China logischerweise und dann irgendwann später auch vielleicht in Europa. Aber Mist, die sind ja gar nicht mehr hier. Irgendwie. Aber irgendwie doch und das ist schwierig. Aber das neue Telefon schaut sehr spannend aus. Wir dürfen abwarten und sehen, ob wir bis dann vielleicht wieder eine Schweiz-Vertretung haben und dann eben auch die Möglichkeit haben. Microsoft hat an der letzten Woche bekannt gegeben, dass sie eigene KI-Chips oder dass sie am Arbeiten ist an eigenen KI-Chips. Der Azure, die Firma, die Cloud-Geschichten bei Microsoft macht, die hat bis anhin auf NVIDIA-GPUs gesetzt, wie so fast jedes Unternehmen, das hier ein bisschen was in dem Bereich macht. Gut, Google hat ihren eigenen Prozessor, aber auch Amazon werkelt da einen eigenen Raum und auch andere Unternehmen. Und jetzt ist eben auch Microsoft dran. Der soll für sie deutlich günstiger sein, weil er perfekt auf ihre Lösungen abgestimmt ist, für die ganzen KI-Geschichten und sonstigen Dinge, die man halt in diesem Internet zu berechnen hat, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Wir dürfen mal sehen, wenn es dann da ist und vor allem, wie potent das Ganze ist. Apple hat letzte Woche den Kracher rausgehauen. Sie haben nebenbei einfach neben zwei anderen Neuigkeiten noch so ganz kurz bestätigt, ja, wir werden dieses RCS im nächsten Jahr, glaube ich Ende nächstes Jahr, unterstützen. Damit gehen sie natürlich ein bisschen der EU entvor, weil die hätten garantiert das gefordert und wir haben da ein bisschen den Wind aus dem Segen genommen. Ob Apple damit draussen ist und iMessage so weiterführen darf, wie sie es haben, das werden wir sehen. Ich hoffe es ja ganz stark und so auch der liebe Maik, mein Mit-Podcaster, drüben in der Geek Talk 25, 23, also im Mutterformat, im Geek Talk News Format, da haben wir darüber gesprochen. Wer mag, darf gerne mal rüberhören, falls du es nicht schon getan hast. Dann hat Apple wie auch andere Unternehmen, habe und, ach, was war da noch alles mit dabei? Ich habe es schon wieder vergessen, ihre Werbeausgaben auf X gestoppt. Warum haben die das getan? Relativ einfach, Elon Musk hat wieder mal ein Ding rausgehauen, was man einfach nicht tut. Er sagt dem, Redefreiheit, und wir sagen dem unglaublich Pfui. Also somit dürfte es jetzt ein Messerwetzen geben, wäre es stärker, kann Twitter ohne das Werbegeld leben und oder gibt Musk nach. Wir werden es sehen. Weiter geht es mit dem nächsten Thema und das ist, Apple schlägt zurück und Apple ist da nicht alleine, auch Google und wer war noch? Snap, Meta und, ach, wie heissen sie schon wieder? Die ByteDance, also hinter dem Konzern von TikTok, die verklagen jetzt die EU, weil sie mit ihrer digitalen Geschichte zu weit gehen. Das Digital Market Act, das DMA, worüber unter anderem eben mit integriert wurde, dass Apple iMessage öffnen muss, dass Apple, oder vielleicht öffnen muss, dass Apple, vielleicht Sideloading erlauben muss, etc. Dagegen geht jetzt nicht nur Apple vor, sondern, wie gesagt, viele, viele der grösseren Tech-Unternehmen. Ich bin mal gespannt, was da für Säbelrasseln gibt. Bis jetzt hatte die EU ja einfach gesagt, Bäm, und so ist es. Und, ja, jetzt schlagen die Unternehmen zurück. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und zu guter Letzt, ach was, was letzte Woche eben von Apple gekommen ist, so klammheimlich mit einer Pressemitteilung, kam die Mitteilung, dass Apple Music Classical endlich auch fürs iPad verfügbar ist. Ich freue mich da drauf, habe es selber noch nicht ausprobieren können, aber, dass jetzt dann gleich ans Schreiben von den nächsten Blogposts geht, werde ich das gleich mal starten und bin gespannt, was da dann draus resultiert. Und ich hoffe, ich verliere nicht zu viel Zeit da drin, weil das Bild dazu schaut schon mal schön und schick aus. Ich muss ja noch schreiben. Genau. Vielleicht probiere ich es nicht heute aus. Mal schauen. Euch wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Start in die neue Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann. Dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.